Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir spielen heute LS22 Projekt Landleben mit Mienchen. Hey. So, ja. Heute wird es nicht so lang. Haben doch was vor. Deswegen. Ja, Leute. Gestern war Livestream. War schön. Die erste Folge butchern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nina hat dazu nichts zu sagen. Ja, doch, es war ein schöner Livestream. Ja, jetzt wird hier häckselt. Ja, ne, gerade ein Video aufnehmen. Äh, ein Bild aufgenommen. Wäsch voll. Ja, ich weiß. So. Genau, die Zwifelder haben wir schon angeseht gehabt. Dort ist, was ist denn da drauf? Raps. Genau, der Raps. Oder Schnaps. Ne, ja, nur Raps. Ja, und dann war mal das Maisfeld drunter. Dort wird aber wieder frisch Mais drauf gemacht. Raps. Ja, das geht erst in dem nächstes Jahr. Mal schauen. Ja, Leute. Es ist bald schon wieder Wochenende, ne? Oh. Das stimmt. Und. Ja. die zugegen Ach ne! Geil, wir fahren heute ein bisschen weg muss auch mal sein es hat den voran ist mit dem in den größeren warum sollte ich hab nicht so viel Geld wie du ich hab auch nicht viel Geld die leute die rückwärter guck mal hier schon unterschieden mit der ganze Zeit Sponsors gekriegt von Staat ja ja ist so so oft wie du umgebaut hättest es hättest du dir du warst vor dem Umbau warst du pleite und die ganze Zeit ist ah Timo könntest du denn nicht mal ja ja sowieso war das war es gar nicht doch auch lasst euch nichts erzählen genau so war das ich hab noch genug Geld gehabt beim Umbau das ist gar nett was denn du hast wirklich das war gestern ein anderes Spiel die ganze Zeit habe ich das Geld hier da das ein privater Spielstand hier gewesen ist und wir das damals umgebaut hatten und du das auch nochmal deinen kompletten Hof umgebaut hattest und deswegen Sponsors gekriegt hast und ich gesagt habe ja ich hab Miene ja Geld gemacht und weil ich scheiße gebaut habe wegen Hofumbau weil wir das außersehen auch privat gemacht haben dann geh ich jetzt hin und mach mir weg ach ich hab mir die Hälfte also ich hatte 800.000 hatte hatte ich noch übrig und hab ähm also ne ich hatte 1,6 Millionen und hab mir 800.000 weggemacht weil ich äh aus Versehen meinen Hof als Privat-Safe-Game umgebaut hatte das ist ja jetzt wurscht ja ja guck mal hier weil sie schummeln ist doch scheiße ja das ist ja ein Geld weil das ist eben das aber nicht hier sagen ne du hattest nix gekriegt naja jetzt hab ich wenigstens wieder einen Titel für mein Video für das Video ist auch praktisch ey Geist ne Miene schummelt um ihr Geld gar net doch geht auch schön ne bei uns aufs Instagram Bilder von dem Buch und Storys ne ja vielleicht kommt heute mal was mal schauen liegt an euch schön draufklicken und uns äh folgen 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 oh das ist schön ich kann bald Silage auch verkaufen ob jetzt genug das ist das werde ich mal schön wie viel Kitzel für Silage ich bin die Handel was verkaufen geht es am meisten Miene kriegt von mir keines die hat mich angenommen ich habe einen Silage und zu benutzen kommst du will ich Zeit haben auf spazieren Ohr an der darf zu meckern ich mecker nicht doch Alter erzähl was boah was soll ich denn erzählen das ist immer die Aussage heute wird es heiß Leute ja extrem wenn ihr das Video seht dann ist es müsste der Höhepunkt der Hitze auch sein trinkt schön viel aber wenn ihr nicht gerne was trinkt und das ist nicht alkoholische Sache sondern Wasser Leute trinkt Wasser bleibt im Schatten und wenn ihr in der Sonne seid kremt euch ein zieht was auf den Kopf ne Mütze also keine Wollmütze sondern eine Kappi oder sowas Käppi Kappi Kappe ja irgendwie so und vor allen Dingen ist wichtig da lasst niemand im Auto wenn ihr einkaufen geht ja und wenn ihr das seht dass jemand im Auto drin ist direkt melden oder Scheibe einschlagen genau Polizei rufen Scheibe einschlagen bei denen Temperaturen müsst ihr wählen wir hängen jetzt kriegen jetzt heute orgenom 39 Grad raus so dann kennen wir noch mal das Doppelte pro Frechen oder noch mehr sogar jetzt orgenom ja 39 Grad draußen das Auto heizt sich innerhalb 5 Minuten wenn es lang 5 Minuten ist das bedeutet im Auto sind dann keine 39 Grad sondern an die 90 wenn nicht sogar noch mehr da kollabiert jeder egal wer es ist ob es ein Tier ist ob es ein Kind ist ein Erwachsener lasst auch nicht ein Stück das Fenster offen ja das hilft ja nein das hilft nicht entweder bleibt dann jemand mit am Auto er macht die Türe offen oder ihr geht erst gar nicht einkaufen oder lässt den Hund einfach mal zu Hause wenn er halt wälzt die ganze Zeit wälzt wälzt dann wälzt er halt das sind Tiere Leute die können auch mal alleine zu Hause bleiben ein paar Stunden die muss man nicht mitschleppen wenn sie bellen bellen sie was ist wohl schlimmer äh ein Hund wo vielleicht ein bisschen bellt aber doof er gesund ist oder ein Tier wo elendig im Auto verreckt auf gut Deutsch wir haben es letztens schon gesehen ja wir haben letztens schon einer gemeldet der ist ein Hund bei der Hitze hat zwar einen Spalt offen gehabt Hunde also mehrere Hunde im Auto drin hat er zwar einen Spalt offen aber dann das hilft nicht vergisst es bringt nichts bis hinaus dass wenn ich das Fenster auf Kipp machen hier kommt keine Luft richtig rein wenn draußen keine Luft kalte Luft weht bringt er überhaupt nicht ich habe letztens habe ich mal hingegangen und haben wir sollen aber das mit dem drüben er hat schon um wenn man dann hingegangen und sind dann in dem Einkaufsladen dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde weiter bin da hingegangen und haben dann denjenigen gemeldet es war jetzt nicht so heiß dass wir sagen müssen wir hauen jetzt die Scheibe ein aber es war schon warm genug und dann haben wir den gemeldet und keine fünf Minuten später sind die rausgeschmissen worden und zu ihren Tieren von dem Ladenbesitzer es ist natürlich egal ob es jetzt wirklich Mensch ist oder Tier es ist beide schlimm nicht nur weil er denkt oh jo Tier das macht nix ne die Hallen hier viel aus nee die können Ahlitschler man muss mal überlegen die haben Fell auch gerade sagen nimm mal unser Hund der hat das ist ein ähm aus ähm was haben wir das ist ein deutscher Hüter und deutscher Hütenhund Langhaar also der hat wirklich lange Haar ja ab und zu aus wenn man den nicht wenn man den nicht die Haare schneiden wie so ein Wischmopp ja der ist letztens erst hat er und alle mit dem Mund und das ist schon heftig für so ein Hund wenn der dann die ganze Zeit draußen in der Sonne ist und dann auch in der Hitze ist kein Trinken im Auto und alle mit dem Mund wo sie saufen können das ist das ist schon heftig also stellt ihr euch einfach stellt ihr euch einfach mal vor ihr würdet im Auto sitzen mit kompletten mit dem Pulli und einer Hose und keine Ahnung ja das reicht ich fahr zurück auch wenn ich noch was drauf reinkriege aber wegen jetzt 2% müsst ihr euch überlegen ihr habt lange Haare ihr habt einen Pulli an, einen Schal eine lange Hose Stiefel und so hockt ihr euch ins Auto ohne zu trinken und ich kann ehrlich gesagt die Leute an den Nachwuchs die ihre Kinder bei der Hitze im Auto lassen also bitte hopp also der gesunde Menschenverstand sagt doch schon äh ich lass kein Kind im Auto wenn du einen Spalt hoffe ey krank tut mir leid auch nicht mal für um einen Bäcker zu gehen ne dann nimmt man es halt mit und wenn man halt nicht mit dem Kind klarkommt tut mir leid dann soll man Kids machen jo aber jetzt haben wir lange genug wieder gepredigt wie gesagt Leute passt auf euch auf genau lasst niemanden im Auto und wenn ihr das seht meldet es direkt und wenn ihr seht dem geht es nicht gut haut die Scheiben ein Handeln halt wenn ihr mehr aber will ja nur die Scheibe einschlagen wenn es nix wenn es nicht anders sei geht also nicht einfach hingehen und direkt Scheibe einschlagen sondern wenn ihr seht das Kind kann nicht raus und dem geht es nicht gut oder dem schreit nur oder ist schon so richtig abwesend keine Ahnung dann bitte erst also nicht gleich sofort sondern ansonsten erstmal gucken ob man da was machen kann oder einfach die Polizei rufen also einfach die sind dafür zuständig die kommen dann öffnen das Auto ich bin auch immer wenn mir in den Kaffee gehen gucke ich immer auf die Parkplätze rum wo mir parke laufen an Autos ist sowas oder so und wenn dann irgendwie jemand drin ist oder so direkt erstmal gucke geht es soweit gut okay aber dann direkt Polizei oder rinnen an die Info dass derjenige sofort rauskommen soll genau Kennzeichenmerken hingehen zu dem wenn du im Geschäft bist im großen Handel Kennzeichenmerken reingehen der wird dann ausgerufen an die Info dem wird dann gesagt dass er bitteschön an sein Auto zu gehen hat und seinem Tier sich zu kümmern weil auch wenn ein Spalt das Fenster offen ist das Leute dann bringt bei 39 Grad es bringt vielleicht was bei 20 Grad und es ist überall Schatten das kann ja möglich sein es geht Wind draußen und es geht Wind draußen aber Leute nicht bei 39 Grad draußen 39 Grad total stickig 39 Grad ist ja das was ihr seht von der Temperatur her die gefühlte Grad ist ja mindestens heute an die 40 an die 40 42 43 Grad das ist ja das gefühlte Temperatur und die ist ja nochmal heftiger also von da aus aber ich denke mal unsere Leute die das hier gucken die sind alle vernünftig und wissen das alles von da aus mache ich mir da keine Gedanken ne und wie gesagt wenn ihr sowas sehen einfach hoppala wieder ausgestiegen und davon war falscher Knopf drückt aber habe ich die Felder hier nicht gescannt als Hexel oder was normalerweise ich sehe das so wird du da drin sind stimmt ein das ist ja nur abfahrt ja 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 als Möller da bin weg der nächsten monat der nächste woche hat mine in 12 stunden stream geplant das kommt diesmal von mine ja ob der mit jemanden ist oder ob der mit nur uns alleine ist keine ahnung ich weiß es noch nicht mehr sind also wir werden definitiv spiele alleine spielen das wird sein aber ls und ets wird wieder dabei sein und ob man die zusammen spielen das sieht man mal wie das aufgeteilt ist sie mehr also lasst euch überraschen und er hat sich nur erfahren ja das ist diesmal von mine wird das geplant das ist diesmal mir ihre sache und ja ihr werdet sehen was die sie sich da so einfallen lassen hat vielleicht wird es auch das dazu eine umfrage geben ja ich denke ich sehe ich meine ist ja umfrage geil also die die meisten umfragen die hier um kursieren von uns in youtube bei der community ding das ist von mine also die liebt diesen community tab ja die findet den geil die postet da wenn man doch schon so was hat muss man es doch aussieht wirklich was rein ich krieg gut was dann dringend runter das nächste mal müssen wir ein bisschen die zeit hier jetzt einmal vormachen das mal gespult ist dass man mal hier diese lage machen kann die den winterspul mal sowieso und mehr mit schütteln zu machen das ist doch das fällt der wieder vordermann bringen das ist das letzte Mal läuft ja wie gesagt wo nur dann hat er nun von ihr habt ihr auch bis jetzt liegt sind vorne dass ja ihr uns alle mehr 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 auch alleine sehen wollt deswegen ja aber doch war bissel hingehen wenn wir das gerne mal machen das jetzt ist nämlich 59 prozent für wir fahren jetzt hier noch eine bahn runter und den rest werdet ihr dann nicht mehr sehen das werde ich dann mit mir privat mal runter machen welche mir mal vielleicht ein paar stunden hier drauf zocken und dann sind wir dran wie gesagt 30 folgen haben wir gesagt 30 folgen 30 folgen die 30. folge ist dann von dem let's play hier Alpenleben ist dann ein Livestream wo ihr dann entscheiden dürft natürlich nicht hier nur weil ihr mich sympathischer findet wie mich sondern ehrenmänner und ehrenfrauen tun das ordentlich bewerten da gibt es eine kleine Abstimmung also jetzt nur professionell so mit abstimmungsmäßig so wie bei manchen YouTubern das kann ich nicht das tut mir sehr leid aber so eine Abstimmung welcher hoch besser ist jeder hat dann so und so viel Zeit seinen hoch zu zeigen wir spielen dann erstmal noch eine Runde machen alles fertig und dann hat jeder nochmal ganz zum Schluss 10 Minuten Zeit seinen Hof zu präsentieren und dann ja wird bewertet ja ich war zurück lohnt sich nicht mehr du kannst ausmachen ne ne so habe ich das ungefähr vor und natürlich mehr wird das ordentlich bewertet nicht hier nur weil ihr sympathischer findet wie mich das ist mir alles mir bewusst und das ist mir auch relativ egal aber bei sowas ne will Mie ja bestimmt nicht gewinnen nur weil ihr sie sympathischer findet sondern weil ihr Hof hübsch ist weil ihr Konzept geil ist ne deswegen will Mie gewinnen weil da geht es ja auch um die Ehre für Mine sie will ja nicht nur weil sie Mine ist dass sie gewinnt sondern sie will gewinnen weil sie nicht ordentlich geschlagen hat also jetzt nicht ins Gesicht sondern in dem Spiel in dem Wettkampf in der Challenge so wenn Mine den Knopf gefunden hat hier aufzuhören hier wie so ein HB Männchen rumzuspringen ja nicht so nah Abstand halten äh so Leute genau heute macht's Mine mal heute mach ich's ähm ja wir haben euch jetzt hier viel gepredigt und viel erzählt aber wir sind halt dass es den Leuten gut geht ähm das nächste Mal wie gesagt Offscreen machen wir hier das Feld fertig tun wir so weiter häcksel dass wir das nächste Mal ein anderes sehen und ja wenn's euch gefallen hat lasst natürlich ein Like unten oder das Glöckchen aktivieren geht fleißig auf Instagram auf Facebook und was weiß ich Discord und so weiter und so fort ist alles verlinkt überall geht bei der anderen auch Kanäle die sind auch überall in der Beschreibung drin oder direkt auf unserem Kanal zu finden genau ja Leute das war's für heute Mine hat sie gesagt mach ne wenn er mache müssen wir nicht passt auf euch auf passt auf euch auf trinkt viel bleibt im Schatten schmeißt auch nix auf dem Boden rum keine Zigaretten oder sonst irgendeinen Müll nimmt alles wieder mit genau weil die Waldbrandgefahr ist sehr hoch mhm deswegen bis dann schön tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.